13 Sekunden hatte es davor, wenn dauert die Lange dauert die Lange. Noch nicht. Ich werde jetzt einen Tank vertragen. Ein weiterer Spalt wurde versiegelt. Noch haben wir es nicht geschafft, Deodatus. Macht weiter! Okay, hier speichere ich jetzt. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Da ich gesehen habe, wie schlecht ich war. Eigentlich müsste ich die voll locker. Aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich schlechte Zauber benutze. Vielleicht habe ich mich voll versteigert, ich weiß es nicht. Aber was gibt es denn ein besseres? Ich hatte halt immer bessere Waffen sonst. Aber das habe ich voll, das habe ich fast, äh, habe ich voll. Das habe ich über voll. Bis da eigentlich alles klappen. Jetzt geht es hier runter. Jetzt darf ich nochmal mit umgehen, deswegen speichere ich hier nochmal. Wenn es jetzt gleich nicht klappt, dann werde ich einfach nochmal so ein paar Flugdarmenschutz, wenn ich die mal durchspiele. Also bis ich dann noch ein Level höher bin oder so. Der obere Bereich wurde gesichert. Nun zu den letzten Spalt, wenn es nicht anders geht. Ja, ich möchte euch nicht schon wieder das Laufen zusehen lassen, deswegen. Der obere Bereich wurde gesichert. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss den Zauber noch einmal sprechen. Ich kann nicht. Ich kann hier übrigens nicht speichern mit dessen. Ja. Okay, so. Kreatur die nach nach. Nein. Komm. Komm. Kommje hin. Ich müsste jetzt eigentlich in Bewegung setzen. Genauso sein. Der oberen Bereich wurde gesucht. Noch nicht. Nein. Nein. Der Erinnerungsverzerrer darf nicht bekommen. Okay. Wieder das Laden. So, diesmal werde ich ein bisschen länger warten mit meinem Dämon. Ich will das jetzt nicht. So, Waffen ziehen. Oh, komm mal an. Ich könnte jetzt einen Tank vertragen. Verdammt, der Bestie. Ich muss den Zauber noch einmal sprechen. Bitte halte diese Bestien von den Fähren, großer Drache. Ich bin zwecklos. Ich werde es jetzt noch nicht schaffen. Nie im Leben. Weswegen ich neu laden werde. Und dann jetzt erst noch zum Dungeon machen werde. Normalerweise habe ich es immer Level 27 schafft. Jetzt muss ich halt höher leveln. Okay, das war's für heute. Das war's für heute.